Was, wo, wo, was geht, Leute? Overwatch statt noch Rainbow. Level 2 bin ich immer noch, Leute. Ich hab mir gedacht, ich mach daraus mehrere Videos und hab ab und zu was hoch, damit ihr beschäftigt seid. Ja. Ihr kleidet Fassenkämpfer! Werdeschön. Eigentlich bräuchten wir einen Heiler, wie es angezeigt wird. Aber wir haben doch einen Heiler, da ist so eine. Rade. Rade. Ah, nun, das ist der Name von dem Typen. Ich liebe diese Kugel, sie gefällt mir. Die Kugel fällt mir echt. Die Kugel fahrt auf. Die Kugel soll mal aufhören, zu rollen. Die Kugel ist in der Kugel. Die Kugel ist in der Kugel. Dann gehen wir mal Heiler. 5, 4, 3, 2, 1, Anleiter, 10, die verteidigen sich zählen ab. Oh, Mann. Ja, okay, mit einer Sniper ist es auch kein Wunder. Und ich muss nachladen. Hier kommt die rollende, fette Kugel. Die Kugel ist in der Kugel. Nein, schade! Das wäre saugeil gerade gewesen. Schade. Schade, 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 schade. Schade. Das war echt nice gerade. Wenn der noch ein bisschen schneller rollen würde und hüpfen könnte. Der kann ja hüpfen, stimmt ja. Oh, komm schon! Warum laufe ich in diese Mengen immer rein, wie Idiot? Ja, okay. Ja, ich hab's verstanden. Du hast deine Schuld und kannst dir erholen, was du willst. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Helden sterben nicht. Helden sterben schon. Seine Zeit ist doch nicht abgelaufen. Komm du drückst, Affe. Juhu! Vorsicht, Sperrgebiet. Ziel ausgeschaltet. Schade, schade. Level 2 bin ich, zwar das gebe ich zu, aber Level 2 mit, mit, nehm... Was war das nochmal? Ein Hamster? Ein Hamster? Ich bin kein Overwatch-Fanatiker, also sag ich jetzt mal ein Hamster, Leute. Ja, was soll ich machen? Das ist nicht eigentlich. Und jetzt sage ich mir, ich bin ein Hamster. Ich bin hier, ich bin hier. Nein, 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 nein. 1, nein, 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 nein. Alles gut. Hier, hab ich noch nicht drücken, denn... Nein, nein, nein... Nimm mir ein Papa. Ach! Hey! ACH! Helden sterben nicht, gell? Warum bin ich dann tot? Was für die? Sagt Helden sterben nicht, warum bin ich dann tot bitte? Aber die ist gut, die gibt Leben und ich kann weiterkämpfen. Das ist ne gute. Da war doch jemand krass. Das ist für meine Mode. Ah ja. Ah, jetzt bin ich nicht mehr erster. Schade. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Oh, Highlight. Was für ein Highlight hast du, Peach? Und jetzt? Das war doch nicht Hill, oder? Oh, du warst so viel grad, diese, diese... Die zwei Kills. Ähm, ich stimme mal für Ratti. Hoffentlich ist es euch gefallen, Leute. Das war's.